Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Pollack. Heute mit dabei ist der Bloody Mew. Moin moin. Und Veli ist nicht dabei. Ja, Veli, wo bist du, du? Oh, oh, oh. Ich weiß nicht, was du sagst, ist ein Mew-Kid für mich. Ich kann nicht alles. Nein, ich passe, Leute. Und by the way, ich habe mir den neuen Charaktergoat, den Wichser auf jeden. Wir werden ihn testen, mal gucken, wie er spielt. Ich bin sehr gespannt. Wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Video und bis gleich. Weißt du, wie Wichser aussieht? Also Fixer? Nee. Will Smith. Will Smith? Ja. Silber Gedanke. Halt nur mit einer beschiffsten Brille. Aber sonst, Will Smith eigentlich. Der Bart passt halt auch noch. Die Haare auch. Wenn das Gesicht halt noch passen würde, wenn die Brillen weg wären, absolut Will Smith. Alter, hat der ein großes Gewehr. Uff, der hat ein langes Kaliber, wenn du verstehst. Ja. Schwarz und ein großes Rohr, ne? Weißt du Bescheid. Oh, ja. Das ist geil. Und den finde ich persönlich ziemlich fresh. Du weißt, was deine passive kann, oder? Nein. Ähm, wow. Der kann durch deine Schüsse Gegner verlangsamen. Lol. Zeitlupe? Absolut Will Smith. Wusste ich doch. Nein, du wirst nicht verlangsamen, sondern die werden verlangsamen. Ja, ja, mancher. Will Smith halt. Nee, ich sehe. Andersherum. Vorsicht. Die werden wahrscheinlich hier direkt um die Ecke sein. Ich benutze mal. Oh, okay. Kannst du die ganze durch die Wand sehen, ne? Du kannst die durch die Wand sehen. Ähm, sehe ich nichts. Hä? Warte mal, von hinten? Nee. Also durch die Wand konnte ich sie grad nicht sehen. Vielleicht, weil sie zu fick ist. Hilf mir, hilf, 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 hilf mir. Wo, 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 wo bist du? Wo bist du? Was ist los, mein Kind? Moin. Oh, der war ein böser Mann auf der Straße. Wolltet ihr dir Süßigkeiten geben, oder was ein Ding? Nein, ich glaube eben nicht. Was ist das überhaupt? Oh, lol. Das macht er. Uff, bam. One-Hit, there's one-Hit. Ja, mies. Oh. Und ein... Hä? Warum unentlieb? Ah, weil die Zeit abgelaufen ist und niemand denkt. Ja, genau. Ich wollte eigentlich zwischendurch zwei Maler schon machen, aber... Ist das eine Pistole oder ist das nicht so eine Waffe wie, ähm... Nee, nee, eine normale Pistole. Ich mach keinen mehrfachen Schuss. Achso. Nicht wie bei Rode. Das wäre vollautomatisch. Nee, nee. Das ist eine normale Pistole, nur halt irgendwie geiler. Bleiben wir kurz stehen. Ja. Ich will dich nur ganz kurz hier mit mir verbinden. Ah, ja, verbinde ich mit mir. Und ich hab keine Bock, dass ich nachher irgendwie anders hier... Du weißt, du kannst mich über Bluetooth verbinden. Ah, ja. Wacht mal. Ich geh rein. Ich hab ihn. 100 Schaden. Ah, ha, ha. Ah, der ist hart. Der ist hart. Ja, Mann. Will Smith ist so geil. Der ist so geil. Schönes Ding. Alter, Will Smith ist geil. Ah, fuck, ich muss den noch ausrüsten wie ein Tanz. Ey, der ist echt geil. Ich konnte einfach den Rauch werfen, meine Fähigkeit dann benutzt und dann... Ja, dafür ist das ja da. Läuft. Oh. Ich verfickter Idiot. Was hast du gemacht? Ich hab hier Lebensablass, also dafür, wenn ich Schaden mache, dass ich Leben bekomme oder kille, ich weiß nicht. Anstatt eine Waffe zu holen, habe ich mir das geholt. Eine Fähigkeit. Wow. Soll ich meinen Rauch werfen da dazwischen und dann reingehen und gucken, ob da jemand ist? Ja, ja. Da habe ich nämlich Sicht auf A und dann kann ich A machen. Ist da irgendwer? Ja, da ist einer, die kommen aber jetzt. Äh, von hinten? Von wo kommst du? LOL. Der hat sich einfach hinter... Ach, Dings verschreckt. Er versteckt. Dieser kleine Huhn. Was? 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 Ja, okay, vergiss die Runde. Vergiss bitte die Runde. LOL, man sieht sogar den Glitchkopf oben rechts. Das sieht schön aus. Oh, der wurde gehackt. Du hättest hacken sollen. Schader dir, Brody. Ähm. Schönes Ding. LOL, was hat der eine gemacht? Der ist einfach runtergesprungen, der hat doch einen Salto gemacht. Aber wie gesagt, geh bitte nicht so hart rein, da kann ich dir nämlich wenigstens noch wiederholen. Ja, ja. Aber das mit den Rauch, da wollte ich auch mal was ausprobieren. Ja, danke fürs Blenden. Hab einen. Boah, ich mag die Waffe. Ich würde sagen, aufpassen, aber ich war zu geschockt. Warte mal. Oh, der hat uns. Ja, ja. Ja, war ja geil. Kannst du mich kurz hochholen? Bitte schnell, bitte, bitte, bitte. Okay. Okay, schon gut. Ich weiß, wer wieder heißt, aber der ist down, glaube ich. Ja, der ist down. Und Glitch ist da in der Nähe. Okay, ja, ja. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Vorsicht von hinten, Vorsicht von hinten. Wo genau, wo genau? Welches hinten? Über welches hinten reden? Hinter euch. Also hier, von der Seite, wo wir hier hinten gekommen sind, äh. Du, du, sprache, zwiegersprache. Oh ja, da, da, da. Ja, ja, ja. Aufpassen, Glitch könnte dein Arschloch auch wollen. Ach, komm. Wie hat er mich gesehen? Oh, scheiße, du hast mich geholt, aber dann hat er mich instant. Scheiße. Ja, okay, ich muss mich richtig einspielen mit dem. Nee. Schwierig. Ich feiere das immer noch, wenn du zielst, dass du halt immer noch langsam läufst. Das war safe nicht geplant von den Entwicklern. Weißt du was? Ich werfe meine Rauchgranate und benutze meine Fähigkeit, aber geh nicht drüber. Von hinten, von hinten, von hinten, von hinten, von hinten. Da kommen auf jeden Fall welche. Okay. Um zu wissen. Ja, Mewis, is got nine, Mewis. Da kommen wir mal zwei. Lol, lol. Okay, ich muss mit der Waffe halt üben. Ich würde meine Rüstung kurz reparieren. Ach, schön. Ja. Okay. Ey, die ist so dirty, ne? Äh, ich hoffe... Warte mal. Oh, wir leben noch zu dritt, okay? Der eine hält dort. Lebt der eine noch bei uns? Sag dir mal Bescheid, der Glitch. Oh! Der Glitch lebt noch. Alles gut, hol dir mal schnell den Tadon. Ach Gott. Eiche, meine Pistole, Mann. Oh, der ist so low. Oh, fuck, der hat lebensrauf. Der ist nicht low. Doch, doch, der war low, aber der hat sich wieder aufgeplustert, der Glitch hat. Ach, schönes Ding Glitch. Komm, wir gehen alle links hoch. Äh, hier, hier, hier. Oh, fuck. Bei mir, bei mir. Hier, frisst das. Oh, fuck. Scheiße. Obwohl, ich habe eine Mauer sozusagen jetzt. Oh, nein. Jo, er hat's blicktet. Wenn jemand von hinten kommt, ist alles gut, aber sonst bin ich gefickt. Ja, fuck. Hab einen. Boah, kam der von hinten. Ich wusste es. Ich habe es gerochen, du kleine Hure. Ich habe es gerochen. Will ich sie das? Dieser Gestank. Dieser stinkende Gestank. Dieser stinkende Gestank, der Stink. Schon, schon. Ich weiß, wo der letzte ist. Jedenfalls. Oder? Bei mir. Hab ihn. Ah, ja. Oh, huf. Geiles Scheiß, alle. Habt ihr es unter Kontrolle dort? Bisschen. Aber wir haben ein schlechtes, schlechte Bluetooth-Verbindung. Renn weg, Glitch. Hab Glitch. Okay, ich mag die Waffe sowas von. Muss man sich einstudieren. Hack mal bitte das Ding. Ah ja, 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 ich mach das mal. Bei uns war nur einer. Ich weiß nicht, wo der Rest ist. Oh, warte mal. Der Team hackt. Hä? Wo sind die? Sie sind nirgendwo ein. Okay. Da ist er. Ach, das ist von uns. Ach so. Ja, ich wäre rausgegangen, aber ich hatte Angst wegen der Bombe. Aber schönes Ding. Win. Und ich habe am Ende ein bisschen gut gerissen. Also okay, mit denen kann man gut spielen. Ich mag den. Whisper. Guck mal, ich sterbe. So Leute, das war's mit dem Video. Vielleicht ein bisschen kürzeres Video, aber muss mal sein. Bisschen weniger Arbeit für den Polacken beim Schneiden. Ihr wisst Bescheid. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst sehr gerne eine Bewertung da. Schaut bei Mew vorbei, der macht geilen Content, aber nicht YouTube, sondern Twitch. Der streamt dort. Ja, ich auch. Ihr könnt bei Mew, bei Twitch vorbeischauen. Also auf Twitch vorbeischauen. Gutes Deutsch. Ja. Schönes Ding. Und bei mir halt auch auf Twitch. Ist ganz unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und zwar wirklich. Mein Twitch und Mews Twitch ganz oben. Schaut gerne dort vorbei, wenn ihr auf Streams steht. Ihr wisst Bescheid. Und ansonsten würde ich sagen, lasst gerne ein Abo da. Aktiviert meine Geilo-Glocke. Die steht drauf. Ihr wisst Bescheid. Und schreibt mir in die Kommentare, ob ich vielleicht ein Tutorial-Video über den Wichser machen soll. Weil mir gefällt der sehr und ich werde locker noch viele Runden mit ihm machen. Und könnte gerne ein Tutorial-Video machen, wenn ihr wissen wollt, wie man mit ihm umgeht. Weil der ganz neu ist. Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Mittag. Schönen Abend. Und sonst, ihr wisst Bescheid. Und wir sehen uns im nächsten Video oder Stream wieder. Ciao.